Hallo und willkommen zu Frank am Freitag. In vier Stunden alles verändern. In vier Stunden Fehler korrigieren, die über Jahre andauernd wiederholt getan wurden. In vier Stunden quasi alles auf Anfang setzen und danach ist auch wieder alles in Ordnung. Geht das? Ich glaube nein. Allerdings in so manchen Köpfen von Entscheidern ist das durchaus ernst gemeint, dass Dinge, die über Jahre hinweg falsch gemacht worden sind, die dazu geführt haben, dass Unternehmen einen sehr, sehr großen Kundenschwund haben. Und jetzt haben sie die mehr oder weniger schon fast naive Idee, einen Verkaufstrainer zu buchen, ein vierstündiges Verkaufstraining zu machen für 60 Verkäufer und danach, Gott sei Dank, ist alles wieder in Ordnung. Ich möchte die Führungskräfte und die Geschäftsführer da draußen einladen, gebt dem Thema Verkauf mehr Priorität. Setzt euch mehr mit diesem Thema auseinander, denn dieses Thema ist sehr, sehr komplex und Dinge, die über Jahre hinweg falsch gemacht wurden, kannst du nicht innerhalb einiger Stunden flächendeckend verändern. Also mehr Verantwortung für den Verkauf haben, mehr Priorität für den Verkauf, das wünsche ich mir und mit Sicherheit auch viele meiner Trainerkollegen da draußen. Gebt diesem wichtigen, wichtigen Thema Verkauf mehr Priorität und mehr Verantwortung und setzt euch einfach mehr mit diesem Thema auseinander. Denn es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema und außerdem auch das Schönste. Also ich wünsche euch einen tollen Freitag. Ciao, bis nächste Woche. Euer Frank.